Ja, ja, dieses, äh, nicht dieses Sniperhaus, sondern oben an der Straße ist noch eins, dagegen, da rüber. Ja, okay. Da oben drüber. Bin drin. In der Richtung. In gerade der erste Haus, ne? Ja, das zweite Haus. Oh, dick SVD, wie geil. Geile Scheiße, ey. Scheiße, Jungs, die Leichen sind weg, da sind Waffen auch. Jetzt muss ich aber noch irgendwie was essen, ne? Dörter. Unten sind noch welche Dörter. Äh, warte, ich kann dir ein volles Magazin noch geben, ne? Nur eins? Und elf Schuss. Na, das hat's gar nichts. Euro, kannst du mir irgendwas zu essen droppen oder sowas? Ja, Oli, hast du noch Money für, Martel? Ich hab ganz viel, was braucht er? Ja, ähm, hier, MP5, du brauchst die doch gar nicht, du hast jetzt einen SVD, da kommt er. Aber ich hab, ne, ne, 9mm hab ich nicht. Warte, ich dropp dir eben mal das Magazin, Martel. Dann mir 545er geben, wenn du willst ohne Ende. Hier. Magazin, hast du? Jo, thanks. Und elf Schuss kann ich dir noch geben. Scheiße, Knarre hier in die Hand, ey. Ich bin Thirsty Hungry Rot jetzt. Ja, ich geb dir. Warte. Was heißt die Jungs, Alter? Wo ist hier ne Waffe, Alter? Ich find nix. Ja. Das ist mein letztes Essen jetzt hier auch. Mal liegen sie. Warte, soll ich dir noch die FNX vorsichthalber geben? Stimmt, alles gut. Also ich hab ganz viel, also, ne, ja, ganz viel. SKS-Money. Warte. Wollte das noch mal grad ziehen, ne? Hab ich dir auch hingelegt. Hm, ein Brexchen hab ich. Also ich noch eins. Ja, direkt vor dir, ne? Warte, ist... Hast du nen Scope für die MP5? Hast du nen Scope, Herr Fimmel? Ich kann noch nen A-Coff geben. Ich kann noch nen A-Coff geben. Oh, ich nicht, Schneck-Schnack. Ja, gut. Wo ist denn die andere Knarre jetzt hin? Weiß nicht, ich hab dir das alles hingelegt. 5, 6, 5 war, 300... Winchester-Money hab ich noch. Nicht, das Magazin nur noch. Schon eingesteckt die? Nein. Na egal, halb so viel. Doch, die ist hier noch, warte mal. Skippt die. Hier. Ich hab jetzt nur ein MP5-Magazin und eine Winchester, also... ...die eigentlich immer sterben würde. Tja, Alter, komm mal mit runter. Ich hab schon einen gekillt, das reicht mir. Da hast du schon viel gekillt. Ja. Du wolltest doch auch ne MP5, Olli. Ja, aber ich war nicht bei meiner Leiche. Achso, stimmt, du warst ja tot zwischen dir. Ich hab doch Ollis-Menschliches genass. Achso. Hast du dich das Magazin mit rausgezogen? Doch, hab ich doch, Alter. Schnell verballert. Da waren so viele Typen. Wo seid ihr, Jungs? Ich bin ovulie-equipped. Oben am Bienenstockauer von dem... Hast du wieder alles? Ich hab alles, Alter. Die AKM, ich hab alles. Warte mal, ich hab hier noch zwei Muni-Boxen, aber da ist auch nichts drin für euch. Drei Muni-Boxen hab ich. Hier rennt einer über das verdammte Feld. Wohin? Oh, ich hab zwei AKM-Magazine. Ja. Braucht die jemand? Nein. Aber warum kann ich jetzt... Oh, scheiße, das war back. Alter Schwede, diese Waffe hier, ne? Mit dem Scope. Ja, das heißt PSO-Scope, ne? Übelst weit. Das heißt PSO-Scope. Ja, also wenn ich draufgehe, versuch... Bist du das gerade am Feld da vorne? Ich bin auf dem Feld, genau. Wo ist der andere? Das war, glaube ich, ein Zombie, der da auf dem Feld rumgelungen hatte. Und die wieder aufsnipern. Ein Haus höher muss noch, Kassler. Juni, ich bin unterwegs. Ich gucke gerade mal Dirtle, das ist alles so gestochen scharf jetzt. Habt ihr die Drago noch? Wer läuft den Weg hoch? Achso, das ist... Okay. Rote Armbänder. Boah, dieses... Ja, das zerreißt so, dieses Ding. Ey, wie ist das Scope? Wie liegt denn in meinem Himmel? Warte. Oh Gott. Das war ein roter Helm, ne? Jo, ich bin der Feuerwehrmann hier. Boah, die sind... Die laufen auch nicht rund, die Zombies. Der hakt immer. Nur Ausreden, höre ich dir. Nur Ausreden. Ja, schießt du mal mit dieser Scheiße, Winchester. Dieses Scope hört sich immer nach oben, ey. Können wir gerne tauschen. Ne. Wo seid ihr? Kommt raus. Wir sind ja da oben. Eins früher. Der war doch schon hier oben. Was? Der Red Hat. Ach, hier bist du. Bist du das? Ja, das sind wir hier. Das bin ich. Hinter uns ist noch ein Zombie. Hinter uns ist noch ein Zombie. Schieß bei den Zombie unter uns. Ja, ein Schuss. Alter. Ich wurde getroffen. Unconscious. Mensch, der Unconscious. Zombie bei dir, Olli. Wer hat denn geschossen, ey? Das war ein Zombie gerade bei dir hinter dir. Ja, aber volle Kanne das Magazin leer gemacht. Ja. Unconscious, ne? Ja, warte. Was muss ich machen? Überlagier dich erstmal. Einfach looten. Ne, das ist jetzt ganz scheiße. Mittlerweile kannst du dich auch nicht mehr mit dem Epi-Pen aus. Das ist gepackt. Ne. Ne. War ja nicht so, dass ich sowieso alles rot als Anzeige hatte. Entschuldige, Alter. Ich hab dir jetzt verbunden. Hat jemand noch einen Salen? Negativ. Scheiße. Kasper, du machst das als Einzelschuss. Pass auf, da ist ein Olli dran. Schieß doch. Schieß doch. Ja, doch. Ja, wenn Olli jetzt sich gleich ein Zombie-Leichen hat. Ich weiß nicht. Das ist gut getan bei den Zombies, der Olli. Wie wecke ich den jetzt wieder auf? Salino ist so ein Scheiß. Ich hab keinen Salin. Dann müssen wir runtergehen, Salino holen. Bei den Gegnern. Dann kommt wieder ein Zombie. Schön friendly-Fair hier. Alter, bei mir hakt das immer, Alter. Ja, toll, dein Mech. Dann macht die Kacke da. Oh, du hast ihm auch alles zerschossen. Oh Gott. Du hast den kompletten SVD-Massi. Was ist jetzt da? Die Magazine waren schon runes, muss ich dazu sagen. Ja, Gott. Und die Boxen auch. Aber ich hab die Muni zumindest aussortiert, weil die alle im Arsch waren. Entschuldige, Olli. Das war wirklich gut. Soll ich erstmal alles daneben liegen, bevor du nicht mehr aufwachst? Ah, du hast einen Epi-Pan, warte mal. Das war wirklich nicht böse gemeint. Da lass ich, aber ganz ehrlich, da lass ich lieber den Zombie auf mich einschlagen, als dass du die erschießt. Alter, ich wusste überhaupt nicht, ich wusste überhaupt nicht, dass du hinter mir warst. Ich weiß gar nicht, was wir hier spielen. Ich drückte immer Moschinen rein, ne? Epi-Panifrin ist kaputt, kann ich vergessen. Ja, das war eben noch heile. Ja. Äh, könnte sein, dass das Server gerade leckt. Ah, ich hab eins. Ja, gib ihm das. Apply to Vantage. Kann auch deine Sachen leider nicht daneben liegen. Warte, ich leg das mal hier hin, dann kannst du es mal hin. Gerade vorhin die Disco leckt, ne? Du? Ja. Du stehst da am Baum. Nee, ich renn hier eigentlich rum. Ja, nee, dann bist du, aber... Ja, Server ist da. Ah nein, Server ist da. Oh, ich bin ein conscious Server da. Heiße. Dann waren wir gerade so erfolgreich unterwegs. Liegt meine Leiche denn da, wenn ich mich hier wieder einlogge? Du wirst ja noch nicht tot. Du wirst wahrscheinlich fast tot aufhören, aber die Leiche liegt dann da wieder, ja. Dann würde ich jetzt auf einen leeren Server gehen, obwohl wir machen ja eh nicht mehr lange, ne? Naja, da hat eine SVD gehabt. Müssen wir mal aushören. Dann wollen wir doch mal auf den gleichen Server gehen. Naja, der dauert jetzt ein bisschen bis zum Restart, oder? Ja, aber gut. Das tut mir jetzt echt leid, Alter. Das war wirklich keine Absicht. Aber wir können ja eigentlich mal kurz gucken auf dem anderen Server, ob man mich noch retten kann, oder ich sowieso schon tot bin. Sonst könnt ihr das Zeug ja schon mal schnappen, da der SVD oder so. Der bringt uns ja alle nichts. Wollen wir uns voll in Server nehmen? Ja, da oben ist ein bisschen scheiße einzuloggen, ne? Egal. YOLO. Ja, dann mach. Ich würde nachentscheiden. Ist doch hier alles weg, oder nicht? Morgen? Ja. Morgen ist alles weg, ja. Morgen Mittag vor der Log. Dann ist doch scheißegal. Hat das schon Server, oder nicht? Nee, ich hab keinen. Nee, ich hab keinen gefunden in meinen Favoriten. Die sind alle unter 21 Uhr quetscht und so. Oder Whitelist.